Diesen Beitrag widmet Ihnen der Eisenbahnhandel der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Ein neuer Rasenmäher muss her. Die Auswahl ist groß, die Entscheidung fällt schwer. Denn das Gerät muss exakt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sein. Ja, bei den Rasenmähern, da unterscheiden wir je nach Antrieb einmal zwischen Elektromäher, Akkumäher und Benzinbetrieben im Rasenmäher. Und wichtig ist natürlich das Grundstück, die Rasenfläche. Auf die kommt es an, auf die Beschaffenheit und auf die Größe des Grundstücks. Auch die Schnittbreite hängt von der Rasenfläche ab und es gibt noch mehr zu bedenken. Grundsätzlich bei einem Benzinmotor die BS-Leistung, den Hubraum, dann den Radantrieb, die Räder, die Lagerung der Räder, damit er möglichst leicht zu schieben geht. Das Fangergebnis, die Fangbox, die Fanggröße, beziehungsweise auch die Varianten des Mähens, nämlich Fangen, Mulchen oder Saiten auswerfen. Die persönliche Beratung bringt auch so manchen Tipp. Also man sollte ihn auf keinen Fall zu kurz mähen. Ideale Schnitthöhe wären 5,5 cm, damit eben das Unkraut sich nicht entwickeln kann. Und so ist man eben nur im Fachhandel wirklich gut beraten. Wir vom Fachhandel sind für Sie da.